aus für oben drauf sieht sehr bei mir war ein bisschen zu wenig geschwindigkeit aber ich komme trotzdem oben rauf kommt vielleicht ein ticken zu hoch perfekt auf der ecke na hallo und erst mal hier und den mansel muss ich mitnehmen so ich habe eine akm hier sind schuhe jetzt leider nicht darauf geachtet wenn noch so alles hier runter ist ich auch nicht geht schon mal runter gerade einfach mal eben einmal hier draußen sehe hier gar keine bewegung in den hallen interessant das oben schon hier den weg aber gut dann kommt ja du bist auch von anderen seiten ist aber auch nichts drin ja hier ist ein rucksack ein bisschen heilung oder mal was sich hier unten nämlich die schmutzlinie und pistolen ein schalldämpfer für air ist schon es ist okay ich habe ein bisschen wenig munition was hast du na k auf der anderen seite von dem ding sind welche gewesen ja ich sehe es ist jetzt raus gelaufen ja ich gucke einmal raus läuft hier rechts ist hier rechts in das gebäude rein hier rechts nee den kleinen bunker davor glaube ich entweder dahinter vorbei oder halt da rein nee da rein oh scheiße nummer zwei kommt alter scheiße ich habe jetzt nicht mehr so viel weiter weg okay die ganze zeit schieße und er fällt einfach nicht um also ich habe zwei dreimal geschossen und ich weiß nicht mir ist ak im dauerfeuer zu genau das stimmt die hatten auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich was hier ist noch mal ak munition der m16 dann im doom die m16 hier also ich habe eine scar also brauche ich die ja das sollten auch noch monito euro auf 15 schuss die schweine ist ja nicht heilung hat er auch nicht wirklich ne ne gar nichts aber die weste die ich noch nicht habe auch wenn es eine angeschlossene zwei weste ist die haben sich aber beide da echt drinnen kurz in den bunker irgendwie verkrochen gut ist du dir gesehen hast hier in der halle hier liegt eine rump ja würde ich wohl nehmen mit meiner ja nimm dir die mal dann haben wir wenigstens so ein bisschen und hier liegt noch vier versuche den nehme ich mir mal mit und moni für die akm 20 das ist das sehr gut ich bringe die mal rüber was auch hier im moment ich gehe mal oben auf dem gitarren da ein bisschen mehr heilung weiter schnell wechsel mal jetzt für mp als wird so ein schuh draus hier so ich würde mal sagen die sind da vorne durch die anderen hallen gegangen das heißt ich würde jetzt hier die hinteren hallen rechts und dann müssen wir los weil wir müssen echt fast über die ganze karte ok ich halte mich nebenbei noch ein bisschen ja dann schmeiße mir auch schon mal raus so einen mündungsfeuer dämpfer für ar ja brauchst du einen vertikalen handgriff hier nimm mal beides den griff habe ich dann nimm den mündungsfeuer dämpfer ich habe den gerade weggenommen aus versehen sorry ich wollte das andere ding wieder aufheben und die kamera und so was ich dieses scheiß tor ist einfach viel höher als es aussieht man mit der scar die haben jetzt trotz auf dings stehend auch hier liegt ganz viel akm munition und hier liegt eine sks hier du ich legte einfach meine um pin mit eier und ich droppte hier den vierfach suche ich sollte erstmal die sks aufheben so dann mache ich einen auf quasi einen auf hier ist auch noch eine menge muni falls du die brauchst ja nehme ich mal mit dann bin ich sozusagen der schutzmann oder so schutzmann mit stufe 3 helmen das ist gut im besten fall werde ich ja gar nicht getroffen möchte so ein energy drink haben ich habe zufällig drei ach so ich lasse ich guck mal wie lange die pillen jetzt erstmal wirken ach du hast pillen ich habe pillen drin ja dann nehme ich erstmal meinen kluck 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 willst du dann vielleicht den silencer haben ja ja das könnte sich lohnen ja aber ich dropp ihn dir team play na hallo nimmst du den mantel mit und lässt dein gelbes ding da liegen weiß ich nicht ab und zu mache ich das aber der rote lohnt eh nicht ja das stimmt der schwarze hingegen so kein auto hier haben haben ein problem wir haben proben links auf der anderen seite ist auch schön ich habe nur rechts geguckt vielleicht werden wir von irgendwelchen leuten die aus der halle daraus neiten dringend erwischt scheinbar das da ein busch natürlich was sonst warte mal wo ich mich hingesetzt habe ich wollte gerade fragen soll ich fahren sehr schön wir haben auch noch sprit das ist jod brauch halt noch irgendwann demnächst mal ein bisschen money für man ist gar ja ah das ist wieder hilfreich da wird irgendwo geschossen vorne links das links habe ich jetzt nicht so glaube ich direkt vor uns ich weiß es irgendwo vor uns einfach durch was soll schon schief gehen wenn die schießen sind die mit irgendwas anderem beschäftigt das heißt sie werden sich nicht mit uns beschäftigen können weil wir sind ja auch kein ähm keine große bedrohung in dem moment das heißt sie werden es einfach ignorieren und sich weiter gegenseitig beballern außer sie stehen voll im weg aber außer sie stehen voll im weg und dann können wir endlich unser wie vieler manslaughter starren ja oh alles gut oh wow wo sind die hier drin ne ich glaube das war noch ein bisschen weiter ein mülter aber ich habe nur so flupflup gehört ja ja naja solange nicht auf uns flupflupen oh ah beim nächsten mal fahre ich naja ich habe nicht gedacht dass der außenposten mal so im weg ist mhm 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 was soll schon schief gehen berühmteste letzte worte das auto hat doch schon genug gelitten ich wollte sagen vielleicht haben wir mal eben den jeep wechseln da vorne ja wobei der der gehört da auch nicht hin bei dem krankenhaus sind bestimmt leute schon auch dann notfalls hingefahren ich will nicht machen wir uns mal ein bisschen bemerkbar immer war das schönste oder war das das auto was geräusch ich glaube dass das auto aus geräusche gemacht hat natürlich jetzt auch sagen ich habe ich habe nichts gemacht da steht auf jeden fall ein jeep das heißt also irgendwie bei den hallen war auch jemand deswegen gehe ich mal davon aus dass lass einfach irgendwo geradeaus in die stadt reinfahren und nicht zum krankenhaus da waren bestimmt welche schlimmsten fall sind sie dann noch da links steht auch ein jeep an dem roten haus ja und da ist auch tür auf wie fakt lassen wir hier rechts rein vielleicht ja 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 so ah oh gott und gehst du denn vorne rum weil der weg kürzer war ich war nur was denkt mir wenn dann sehe ich was und den moment dann kommt auf einmal der david da oh gott oh gott oh gott ja was wäre wenn ich auf dich geschossen hätte schalldämpfer ah ja noch einer ja liegt oben kann ich dir jetzt gerade ach so ich nehme ich hole ihn einfach oder hast du ihn mitgenommen ich würde aber echt gerne ein bisschen heilung haben nimm diese verbände und die schmerzmittel die ich dir hinschmeiß möge es dir wohl bekommen habe ich gerade das gefühl gehabt dass ich da was gehört habe das hast du nicht das habe ich auch oder also vermutlich war es dann kein gefühl sondern tatsache das war relativ weit weg für ein auto ja das stimmt also ich gucke mal auf die andere seite da ist eigentlich warst du das die tür war ich ja bist du raus nein ich bin noch drin okay hier oben auf dem balkon ist nischt ne haupt das mal die vordertür hier schalldämpfer mp hast du ein mp nehme ich mit wo bist du und da unten dann nehme ich mir die munition dann hallo was sie unten schon drin ich war hier eigentlich überall durch ok sind eigentlich jetzt so die leute hier überall bin jetzt vollkommen gesilenced jetzt fehlt für dich eigentlich nur noch eine sr dann sind wir steel team 6 ne steel team wie auch immer wollen wir auf die andere seite rüber ich meine da stand irgendwo ein jeep aber ja aber da ist also ich meine wo sind die alle nicht dass ich mir jetzt hier sachen wünsche die auf einmal aufzaugen aber ist halt die frage also entweder hier auf die andere seite oder bisschen nach vorne hier rüber oder davor ja ich meine für die zone hin lass einfach mal kurz auf die zone warten ja für schafschuss für schafschuss natürlich wieder das gebäude wo wir schon mal gefickt wurden also da ist das da oben ja ja das da oben vor allem was weiß ich jetzt worauf ich achten muss oder wir gehen laufen dahin wo wir hin müssen hier das fällt nur wirklich offen tja nun manchmal muss man eben einfach über ein offenes feld rennen naja das ist dieses spiel leider zu häufig und es geht voll auf gorgopol alter das ist ja nicht ghostwreck oder so ich höre was hinter uns kommt leider in unsere richtung ok ignorieren oder schießen ist an mir vorbei achso hatte ich auch nicht gesehen ja dann würde ich ignorieren ich weiß nicht ob die mich nicht gesehen haben oder ob die einfach sich gedacht haben ach lass mal weiter fahren hä sind die über die brücke gefahren die sind über die brücke gefahren ja was ist bei denen los und sie werden da beschossen ja ja vernünftig also noch geht es dann noch geht es über die brücke du hast dann ja die andere seite sozusagen achso ah ist gar nicht so doof aber wir würden jetzt glaube ich eher geradeaus weiter ne ja go 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 ich bräuchte halt echt mal munition für die scar ja die anderen töten auch locker flockig schön leute mit m16 mhm oh hier ist offen ja ja ist glaube ich überall also hier war überall auf wollen wir dann trotzdem noch hier lang laufen oder ist halt die frage wir können so lange außen lang laufen bis wir das gefühl haben da wurde nicht mehr gelootet oder so ja lass uns das genau so tun klub da war auf jeden fall auch noch ein schall gedämpftes ja wo geht es denn hier raus da durch den flur wo war das schall gedämpfte so deinem gefühl nach quasi ost nordost ja klingt aber sehr weit weg ja hier ist so jetzt da drinnen aus das könnte noch nicht gelootet sein oh warte dann komm ich zu dir aber es ist halt so auf der kante wollen wir einfach ins nächste gehen oder erstmal hier durch ich guck einmal ganz kurz unten wir haben ja noch 2-3 sekunden da hier sind ein 3er helm und muni für dich oh schön also der eindruck dass hier nicht gelootet war ist bestätigt mehr munition für dich und wir nähern es den den schussgeräuschen oder die schussgeräusche kommen auf jeden fall näher mit einem schalldämpfer das ist macht mich nervös alter was ist das alter was ist das sicher dass sie nicht einfach mit irgendwas auf was drauf hauen das ist glaube ich kein schall gedämpftes geschieße die hauen mit einer pfanne irgendwo drauf ohne witz meinst du dass die den die anlocken ja wir müssen gleich raus also ganz nach oben gehe ich jetzt nicht lieber dann im nächsten ne hm hier ist scheinbar auch noch über alles zu noch ein 3er helm ist dann ein bisschen angeschossen so nächste zone sind wir direkt drin oh nice ne mein helm hat noch nix abgekriegt dann mach ich mal alle töne wieder zu endlich munition endlich munition für mich nice noch mehr munition für mich mach mal alle töne wieder zu damit wenn nachträglich noch Leute hier ankommen die denken oh hier ist da gar keiner ja gut jetzt habe ich aber die ach die munition da weg geht dann leg ich nochmal 30 daneben nein das war spaß aber türen können wir ja zu machen ja und eine mini sich jetzt willst du den vierfach sucher wieder haben ne ich bleib bei meiner ausstattung ach so ok jetzt ein zweifach sucher für die scar das ist auch ok ich höre das gehämmere drüber nicht mehr da war ne tür ich hab ne tür gehört pscht ich weiß nicht ob das bei uns im haus war aber es war auf jeden fall ne tür zu hören und da wir hier eigentlich keine häuser drumrum haben mhm guck mal einmal ganz kurz runter warte 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 ich bin dabei check mal eben einmal hier also bei uns sind sie definitiv nicht drin die türen sind alle zu dann direkt einen nach oben dann direkt einen nach oben die türen sind wahrscheinlich im haus vor uns von von der geräusch entweder aus diesem kleinen so jetzt müssen wir eh da guck mal siehst du dir auf dem ding sitzen auf der kuppe ne ne ok oh hast du geschossen ja ja da vorne läuft er na schade links äh rechts beim baum naja ausgenockt nice sein kumpel ist im haus drin aus hast du ihn gekillt unten ja ja und den ach du den anderen im haus hast du gekillt aus ja nice so wir müssen aber auch los ja dann ja guck mal zone ja ja stimmt schon oje ja noch eine minute das ist okay aber wir ja ja halt einen scheiß weg aber ich würde so gerne mal reingucken aber das ist glaube ich nicht gut doch ja ok das einmal einmal kurz reinschnitten wo liegt der denn hier vorne ja also wahrscheinlich da geht nur um meddy zeug oh ach versuche haha gönn dir ne warte er bringt mir mit hier ist meddy zeug drin und schalldämpfer sr und noch ein ar schalldämpfer ich kann jetzt ich habe nicht genug platz im inventar hier ist mega viel money für dich drin ne ich brauche nicht mehr wir müssen jetzt auch los hol dir den achter ja ja ich habe ihn jetzt ignoriert ok go 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 rechts ist ein drop und rechts läuft einer ja david wir haben aber zone ne scheiße wir müssen voll über das feld rüber oh nein ich glaube er ist in einer der hallen der ist ein einzelgänger und beschießt mich aber er trifft nicht gut also weiß nicht wo er ist er beschießt jetzt mich er hockt ihn wirklich in irgendeine der hallen glaube ich gut ich bin in der zone ich noch nicht ich habe doch gerade ein bisschen gegrillt warte da warte da warte da lass mich erst heilen so so ähm da kann ja eigentlich nur hier irgendwo sein aber ja hm hinter uns hinter uns hinter uns was habe ich mich gehört aber das geht doch gar da vorne war er links vom links ok dann geh du rechts container ich links ok da läuft er wieder ich sehe ihn nicht bis jetzt warte hier folgt mir hä da links rechts ist er gegangen beim grünen rechts vorm grünen rechts da ähm ja nimm dir mal irgendwas davon Pfanne ja also ist ja egal so wichtig ist der jetzt nicht ich hall mich kurz ich booste alter wo zone 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 scheiße richtig weh scheiße ok ich bin drin die tötet mich oder ich sterbe in der zone scheiße ja oh nein oh und der umstütz einer fuck fuck wir haben die zone nicht im blick gehabt ich hasse es ja ich auch immer dasselbe immer dasselbe oh nein es hätte so gut werden können ja war nicht schlecht war nicht schlecht war nicht schlecht naja team rank 4 passt was nennen wir das denn und wieder die zone immer wieder die zone immer die ione auf